also wo war ich denn geblieben oben war ich geschossspitzen mit 3s ich glaube im prinzip schon so das hier aus mit glas haben wir auch noch okay schön glas machen wir gleich weiter mit glas in deine fressbude zu hauen hier mit 283 glas mal ausmachen auch immer noch 10 minuten man jetzt mit der zugbrücke hier was ist mit der zugbrücke? die habe ich gerade einstecken gehabt achso noch eine zweite zugbrücke ich habe gesehen wo ich es ein bisschen im kreativen modus ein bisschen rumprobiert habe früher konnte also in der alpha 16 zumindest konnte man diese zugbrücken auch noch so advanced drehen du hast dich praktisch auf den kopf stellen können dass praktisch die zugbrücke sich nach unten geschlossen hat praktisch nicht nach oben sondern nach unten du bist dann praktisch du bist dann praktisch auf der unterseite von der brücke eigentlich dann rüber gelaufen weißt mhm das geht aber das haben sie scheinbar rausgenommen das geht nicht mehr ja okay wahrscheinlich auch nicht so kompliziert ja weiß ich nicht also in der alpha 16 ging es noch also mhm keine ahnung warum sie das rausgenommen haben ok ich darf nur aufräumen hier in den blauen Stein und platten ok weil hier ein Schiebölber einstecken ich brauche Schossspitzen kommt aus dem Arsch oh das ist schon das letzte hier ups sehr schön die Seite soweit mal ok wir brauchen eine zweite Schmiedebank äh eine zweite Chemiebank ok unbedingt du weißt ja was äh was in dem letzten äh airdrop drin war gell falls du dich noch erinnerst oh der ist weg der airdrop ist weg der ist leider weg ja oh Gott oh scheiße oh den hätte man so gebraucht mhm du kannst aber dann ist ja gleich Mittag oder? ja morgen Mittag ja äh ja äh was hab ich eigentlich Lucky Looter da bin ich bei 3 ja ich auch groß du bist auch 3 jetzt 4 ja ach achso ok weil da würde ich sagen äh der was den äh höheren Lucky Looter hat äh der holt äh der holt die airdropse aber wie muss ich dann fahren jetzt mit 4 oder was? naja äh äh aktuell ist ja eh äh äh kommt der nächste äh der nächste ja eh erst morgen ja genau sag doch einfach dass ich fahren muss haha 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 so jetzt haben wir noch mal ein ganzes Rudel kleben von der ja so das wieder zurück ja da muss ja 2 reingehen scheiße so praktisch einmal zweimal dreimal genau das wollte ich grad klebeband fressen ich glaub das schmeckt nicht wollt du nicht? keine Ahnung wohl ja knuscht bisschen beim Kauen aber haha 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 so so können wir hier jetzt mal Werkbänke herstellen ne 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 was brauchen wir denn? Eisen und den Resthammer ok gefährden wir ne Schuhe repariert werden wenn mir jetzt zerfickter Clownhammer fehlt ach der dauert noch 6 Minuten oh nein ok dann haben wir hier noch Pflastersteine? ja Geh mir doch her hier Benni ich hab mal nebenbei noch roten Tee gemacht ja 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 gesund ja Frust ins Bauch und für die Lunge auch alles gut so da hab ich ihn aufgehört doch ja jo Level Up! Nice! und macht das Spaß die Straße weg zu ogern? ach ein Traum! ja ne willst du willst du ein bisschen übernehmen? ich würde mich jetzt davon distanzieren wollen also ey ich hab die ich hab komplett die Grube gegraben du bist dran ok du bist dran mein Freund ne ich hab da keinen Bock mehr auf ogern du hast gesehen was ich im Solospielstadt georgert hab ich dachte das hatte ich das ist schon Irrsinn gewesen es sind wirst du die Turme gleich mit von außen auf werden? äh Aber dann sind sie fertig. Ach so, sobald ich hier fertig bin, mache ich das dann ja. Aber ich muss ja eh noch nicht nur die Türme aufwerten, sondern ich muss ja vor allem auch die scheiß Wand hier aufwerten. Ja, gut, das hat Priorität, ja. Ja, das hat Priorität, stimmt. Weil eigentlich ist es eigentlich wirklich nur interessant, die unteren drei Blöcke aktuell. Ja. Das da oben, wenn es aktuell noch hier aus Holz ist, wenn interessiert es, da kommen die Zombies ja jetzt hier nicht hin. Aber das zumindest ist die untersten drei Blöcke im Graben. Ach so, und oben halt wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man wirklich wegen den... Aber die Spider springen, glaube ich, springen die da rüber? Können die da... Ja, ja. Da müsste man vielleicht dann die obere Wand hoch bis zu den Türmen ziehen, gell? Ja, ich guck grad, ähm, wegen Pflastersteine, ne? Da wo diese, da wo diese Zinne, äh, Zinnen hier beginnen. Dann mach ich aus den Dingern jetzt hier nochmal Fleckstones und, äh, zieh die Mauer hoch, okay. So, hier haben wir noch eine Werkbank, Gott sei Dank. Scheiße, äh... Sprit, äh, war das jetzt dann eigentlich der letzte Sprit, den du mir gegeben hast? Äh, warte mal, ich guck doch mal hier oben rein, aber ich guck, da ist Schicht im Schacht. Oh, okay. Ja. Nee, hier sind noch 6.000. Okay, das ist gut. Warte, ich schmeiße die runter. Ich, ich hab zwar noch 1.800... Warte, jetzt. Äh, 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 äh... Ich hab zwar noch 1.800, aber... Ich, ich hab ja, äh, noch nicht, aber die Hälfte schätze ich mal, was ich hier, äh, ups, ola. Kannst du hier zu dem Turm kommen? Das war scheiße. Sekunde, äh, warte. Ach, da bist du. Und, flupp. Oh, danke. Ja. Okay. Und 8.000 Sprit, das sollte reichen erstmal. Dann ist aber wirklich Sense, ne? Ja, ja, aber das, äh, das sollte jetzt aber jetzt wirklich reichen. Naja, und zur Not, äh, naja, es gibt immer noch Schaufel und, äh, Spitzhacker, gell? Mhm. Viel Spaß. So, hab ich jetzt schon 6.000 angesetzt? Nee, hab ich nicht. Hab ich das hier mit? Der 6.000 Blatt. 100, okay. Das füllt jetzt noch. Kommt's mir so komplett weg hier. Okay, das läuft. Äh, wo ist denn die andere Scheiße hier drin? Ach, hier. Äh, an der Werkbank, ne Werkbank bauen. Ist auch geil. Hm? Hat was. Ja, klar, noch Flex-Unplatten auf. So. Äh, äh. Okay, also ich seh in meinem Inventar nicht mehr durch. Baustoffe. Ach, hier wird Baustoffes oder Blei drin. Und, äh. Und, äh. In den Xard. In den Xard. Und, äh. Wir haben keine Steine mehr, nix, ey. Oh, scheiße. Ja, das warf der, ne? Als wir noch mal buddeln gehen. Hm. Okay, wie läuft das mal? Komm, komm, komm. Zurück, zurück. Ich werde mal schnell Wasser holen. Äh. Ja. Okay, also wir haben jetzt 450 Eigenurin. Lecker. Hey, in der Apoklypse? Ja, ne? Musst du gucken, wie du kommst. Also, ne? Da filterst du dir die Scheiße. Ja. Oh, Gott, ich kenn's nie. Ich kenn's wirklich nie. Kennst du das? Weiß ich nicht. Oh, deine eigene Säche saufen. Ich hoffe, ich, äh, muss es nie rausfinden. Ja. Oh, haha. Ne, ich kenn's nicht. Oh, ne, da, ne. Ne, da bin ich nicht durch. Dann lieber, äh, verdurst du, wie? Ich meine, ich bin ja Krankenpfleger. Ich hab schon viel Ekligs gesehen. Ich hab Tote gesehen. Ich hab offene Wunden gesehen. Aber Eigenurin trinken, ne, da, ich glaube, ne. Ne, an der Stelle ist feier. Okay. Boah. Ne, da kommt mir die Katze. Ne, ich bin. Es geht. Ah, hier ist es auch noch. So. Oh. Ne, da ist es schon wieder fertig. Okay. Okay. So, wie hab ich denn das gemacht? Ach, du hattest ja das Kom... Ach so. Hm, okay. Ne, alles gut. Ich hab hier noch was einschmelzen. So... So, jetzt hab ich 100 Tonnen Blöcken Die sind auch nochmal 36 Okay Zieh ich jetzt mal die Mauern hoch Ich schätze, die muss man auch gar nicht großartig aufwerten oder so Weil Da werden die Spider Maximal ein bisschen dagegen springen Und dann fallen sie in den Graben rein Und wenn die Cops Da ein bisschen hinrotzen Dann ist es halt so Ich meine, früher oder später würde ich schon sagen Werten wir das alles bis auf Beton auf und so Ja, natürlich Aber aktuell Erster Blutmond, nee Je nachdem, was er für Ressourcen noch übrig hat Wenn alles fertig ist, dann können wir auch gleich noch alles aufwerten Oh, definitiv Zumindest ist es hier mit Cobblestone hier auf diese zweite Cobblestone-Stufe da Springen die wirklich bis hier hoch, wenn ich das hier Weiß ich nicht Ja, die Springen hier drauf, ja Ich bin mir nicht sicher Weil, äh, die haben schon eine ganz schöne Sprungkraft, die bluten Vieh hier, gell Das ist krass, oder? Dass die am Hoppen sind Ja, weil im Prinzip, ich meine, das ist zwei Zeit hier, äh Der Graben ist jetzt, äh, wie breit war der? Drei breit? Ich glaube, äh, inzwischen, glaube ich, ist er, äh, ist er ja schon vier breit Hast du schon vier draus gemacht? Okay Ja, ja, weil ich habe ja hier nochmal, äh, eine Dingspupps hier wegfressen müssen Aber, äh, von der Höhe her, äh, es sind sie eigentlich nur zwei, gell, hier Theoretisch, ja Also, ich glaube, äh, das, äh, das könnten die packen An der Seite hier steht dann noch die komplette Mauer Was oder gar nicht, okay Ja, ja, ich, äh, bin noch nicht überall fertig Ich weiß aktuell gar nicht, äh, wie weit ich überhaupt bin Ich schätze mal die Hälfte Ja, wahrscheinlich, ja Die blöden Straßenreste hier oben wegmachen, äh, das dauert so Oh, ja, das kann ich mir vorstellen Ich kriege es Benzin Die jetzt Das waren jetzt 106 Blöcke, ernsthaft? Deine Mutter Ich bin ja, ich bin ja noch nie mal im Ansatz rum Ach du Scheiße Ups, so, okay Oh, meine Hand bewegen hier Ich habe mir hier volle, volle Mausklaue hier Stundenlang hier rumogert So, gut, äh, das ist soweit wunderbar Ja, du, man versteift dann so in seiner Handhaltung Ja So, können wir denn hier Wir essen mal was Und wir trinken mal was Und wir lassen uns nicht vergessen Wichtig Machen wir den Tom gleich ganz fertig So, da ist schön Ja, damit Ja Ja, damit 136 Oh, komm Oh, Tänne Na, ich habe gesagt, ich sehe gerade die nächste Wand Ja Die zieht sich bis zum Horizont Ja So Wollte ich sagen Ich habe schon 140 Steine Okay Ich gehe runter Aber Ich muss es jetzt wissen Ist das hier die letzte Seite hier Oder, äh Weiß ich nicht Ja, ich Ich Drück mir die Daumen Nein Nee, ist er nicht, ne? Nee Ja, ne? Also bin ich jetzt maximal bei der Hälfte Ich dachte, ich habe schon die Hälfte Genau, die heißen das So Gut Gut, dann komme ich mit dem linken Stein runter Und breche mir nicht den Fuß Gott sei Dank Ja, es ist halt viel zu tun, ne? Scheiße Oh 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 So 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 Hier ist eine Höhe Da ist eine Höhe Und da hinten Ich glaube, ich habe nur noch eine Seite Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber Oh Das ist mies, ey Oh Ja, ich habe noch eine Seite Ja Na, anderthalb, okay Anderthalb Blim, 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 blim Ich habe auch irgendwann auch einen Krebs hier von diesen ganzen Steinen und diesen Rastern immer Oh Ekelhaft Monoton Ja Baue ich jetzt gerade noch Steine? Ne, meine ich Reicht Machst du die Fallgrube gleich mit, oder? Äh, ja Spätestens, äh, weil ich, äh, den Mist hier, äh, fertig, aber Okay Diesmal aber richtig Ja Noch eher jetzt höher, ne? Ja Nicht nur das, ja Ich weiß, ich, äh, vielleicht Wenn, wenn's Zeit und das Material erlaubt, äh, dann würde ich das vielleicht auch gleich noch, äh, So wie ich das, äh, hier in dem Ein Video, äh, die gezeigt hab Hm Vielleicht gleich noch hier mit Ausgang zum See, weißt Oh, das wär geil, das, das wär übelst geil Er hat meinen übelsten Bonus, ja Ja, äh, zwischen den Angriffen immer so, so kurze, äh, Verstaufpause Genau Äh, weil sie erst mal wieder, äh, hier kommen müssen Richtig, richtig, richtig Schaut man das noch? Keine Ahnung, die Kraft noch Du, man ogert sich da hier Level für Level, gell? Hahaha Was wollt ich machen? Lucky Looter wär nicht schlecht Savage Operation wäre aber auch nicht schlecht Ja Da bräuchte ich jeweils Perception 5 Dann geh ich Ja, ich kann aktuell nur 4 machen Aber Lucky Looter und Savage Operation, das ist so das nächste, was ich Hier mal in Angriff nehmen Da bin ich wahrscheinlich Nein Das wär auch nicht schlecht gewesen Pummelpeat 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 Pummelpeat, da bräuch ich 10 sogar Wow Living of the land Wär nicht so wichtig Ich Living of the land ist schon geil, weil du ja immer mehr Also du kriegst da 2 oder 3 Kartoffeln und dann aus einer Pflanze aus Ja, ja, aber äh, ich glaub man braucht hier Und das Living of the land, weil ich glaub um wirklich 3, äh, herzukriegen Muss man bereits auf Stufe 4 gehen Ja, das stimmt, ja Und das ist dann auch schon, äh, das höchste der Gefühle Bei, weil, bei Level 5 bekomm ich dann nicht 4 oder so, sondern Nur diese komischen, äh, mutated seeds, die was auch, äh, eigentlich krampf sind Ja Ja Also eigentlich, äh, pff, ja Vegetables Gut, äh, ich würde zumindest noch auf Stufe 3 gehen, wegen den, wegen den Vegetables Also das hier, äh, Kartoffeln und, äh, Konsorten, ne Mhm Ob ich dann noch auf 4 gehe, ja, kann wahrscheinlich auch nicht schaden, ne Definitiv nicht, ne So, ich hab mal noch Zement drauf So, was ist denn hier, mit dem Skipulver Oh, das rödelt so lange vor sich hin Ja, Messbecher, jetzt noch extra, hatten wir nicht, oder? Ich glaub nicht, ne Ne, hatten wir nicht, schade Okay Ähm, was war hier hinten? 7, Knips Das ist nicht perfekt, perfekt Äh, was hatte ich noch gebaut, ähm Warte mal, Blasebälge, ne Mhm Ja, und Ah, ja Blasebälge und Crucibles Ähm, ähm Holz Leder, Eisenhower, Klebeband, Nägel Leder, Eisenhower, Klebeband, hab ich, äh, Nägel 2, 3 3 3 3 oder 4 Er hat, ähm Er hat, ähm Ja, cool Okay Äh, äh, crucibles Steinölerde Steinölerde Äh Öh 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 Öl von Olaf bitte Öhl 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 Vielen Dank.